Die Lausitz schmeckt, heißt es seit Donnerstag im Lausitz-Center. Neun Unternehmen der Initiative präsentieren sich und ihre Spezialitäten, die sie auch zum Verkosten und zum Kauf anbieten. Neben Schaukochvorführungen am Freitag und Samstag gibt es des Weiteren auch Infos zu ausgewählten landtouristisch-kulinarischen Touren. Außerdem können sich die Besucher über saisonale Genuss-Highlights im Jahr erkundigen, wie das Oberlausitzer Genussfestival und die Lausitzer Fischwochen. Die Erzeuger- und Verarbeitungsgemeinschaft Die Lausitz schmeckt, gibt es seit 2007. In ihr engagieren sich mittlerweile 38 Unternehmen.